Jo moine Leute, herzlich willkommen zum 38. Spieltag und letzten Spieltag der dritten Liga-Saison 2022-23 Predictions, alle Spiele live bei Magenta Sport. Heute um 13.30 Uhr FC Ingolstadt unterliegt SV Elversberg 1 zu 5. Dann SV Wien-Wiesbaden gewinnt gegen Haller Schatze 3 zu 1. FSV Zwickau verliert gegen TSV 1860 München 1 zu 3. Dynamo Dresden gewinnt gegen VfB Oldenburg 2 zu 1. 1. FC Saarbrücken unterliegt FC Viktoria Köln mit 2 zu 5. Dann Rot-Weiß Essen unterliegt SC Verl mit 2 zu 6. SV Waldhof Mannheim gewinnt 3 zu 1 gegen MSV Duisburg. SC Freiburg 2 unterliegt SV Meppen 1 zu 3. Spielvereinigung Bayreuth gewinnt gegen FC Erzbüge Aue 3 zu 1. Und VfL Osnabrück gewinnt gegen Borussia Dortmund 2 mit 2 zu 1. So, das war's von den Predictions am letzten und 38. Spieltag der dritten Liga-Saison 20-21-23. Und schauen wir nun auf die Abschlusstabelle. Erster und damit aufgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga ist SV Elversberg mit 71 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, Steindorf 2. Der SC Freiburg 2 mit 70 Punkten. Eigentlich normalerweise sind, ist der zweite auch aufgestiegen, aber dass es SC Freiburg 2 heißt, dürfen die nicht in die zweite Bundesliga. Dann Relegationsplatz zur zweiten Fußball-Bundesliga auf 3 der VfL Osnabrück mit 67 Punkten. Gefolgt von SV Wien-Wiesbaden ebenfalls mit 67 Punkten. Dann auf 5 der 1. Erster ist Saarbrücken mit 66 Punkten. Auf 6 ist Dynamo Dresden ebenfalls mit 66 Punkten. Dann das... Dann unten weiter. Auf 15 der Aller-Schwarzsee mit 41 Punkten. Auf 16 Rot-Weiß-Essen auch mit 41 Punkten. Dahinter auf 17 SV Meppen mit 37 Punkten. Dann auf 18 der VfL Oldenburg mit 35 Punkten. Und abgestiegen der FSV Zwickau mit 34 Punkten. Und abgestiegen in die Regionalliga Bayern der Spielvereinigung Bayreuth mit 31 Punkten auf dem letzten Platz. Wein-Weilheit. So, das war's mit den Predictions und Abschlusstabellen der dritten Liga-Saison 2022-23 Predictions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abbo. Dann nehme ich das Glöckchen. Das nicht vergessen sagt der Wien. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Gut Kicks. Ciao.